Hallo ihr Liegen und herzlich willkommen zu einer Runde solo pvp auf dem mineking.de-Server und ich spiele heute mit mir allein. Okay, das war jetzt auch zweideutig egal, schnell hier die Erfahrung hinschmeißen und mich dort hinterbegeben. Uh, und nicht runterfallen. Wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Wart 5, dann kann ich hier Level 2 draufpacken, Level 2 draufpacken, oh geile Verzauberung. Und hier kann ich jeweils Level 1, Level 1, bringt gar nix grad, das bringt was und das bringt wieder nix. Ich hätte den jetzt von hinten nehmen können, aber dazu werde ich garantiert bestorben, bestorben, bestorben bisher, bestorbt ihr auch immer. So. Der Stöck jetzt mal, den habe ich. Und wo ist jetzt der andere? Oh! Oh! Oh mein Gott! Uh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Fuck! Das war klar. Ich werde sowas von verrecken. Bei dem Kit hat man ja einfach Kamiks, wo man den anderen wegpfuschen kann. Verpiss dich! Oh mein Gott! 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 gleich wieder. Ja, geil. Läuft bei dir. Das war irgendwie... Die sahen irgendwie wie ein Team aus. Schaut das mal an hier. Fair. Ja, klar. Okay. Super. Danke. Beide gegen mich. Ihr seid echt toll. Hallo, ihr Legenden und Herzlich willkommen zurück zu... PvP. Und ich musste gerade schon ein bisschen schmunzeln wegen dem Namen Basti Mag Zügel. Ich weiß nicht, wie man sich so nennen kann. Basti Mag Zügel! John, wie willst du heißen? Basti Mag Zügel! Nee. Ja, läuft bei dir. Ja, macht los. Weiter. Ja. Ich glaube, da hat jemand ein bisschen gefehlt. Mal los. Willst du nicht kommen? Alter. Alter. Das war vielleicht knapp. Geht's halt schon sechs Level. Er läuft auf jeden Fall. Und nicht schon wieder dieser Creeper-Fighter. Lust nicht. Na, du gehst es nicht. Schaffen nicht. Guck mal, da kommt einer zu dir. Schnell, 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 schnell. Ach, fuck. Das hat ein Bär drauf. Knockback. Und das ist auf dem bisschen halt. Ja, klar. Du kleiner Run. So verpiss dich einfach. Nee, Quatsch. Geh erstmal da hoch. Gut, machst du das. Geil. Es ist jeder woanders. Und keiner wo beim anderen. Oh, ich schwitze hier richtig philosophisch. Was passiert, wenn ich das und das zusammen mache? Dann kommt ein ganz normaler raus. Hä? So. Dann mache ich mal so. Um sie zu verwöhnen. Oh. Der hat wenig Leben. Los, 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 los. Zieh, 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 Junge. Zieh. Zieh. Ja. Geil. Super. Geil. Ja, genau. Äh, klar. Läuft bei dir, Creeper. Nee, ist Chlori. Da liegt einfach nach Erfahrung. So, jetzt wirst du gefickt. Oh, scheiße. I'm Hulk. Wie er einfach gleich weg ist. Ja, läuft bei mir auf jeden Fall. Hart. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch mit dem Auto. Peace out, euer Geiler. Pixel. Ja, von hinten sehe ich ganz besonders heiß aus. Und von vorne noch heißer.